Ja, hallo zu dem hier. Es ist einiges passiert seit wir das letzte Mal hier waren, weil ich war jetzt auch ein paar Tage nicht online, aber ansonsten... Ein paar Tage. Ja, ein paar Tage und ansonsten habe ich auch länger nicht mehr gestreamt. Das letzte Mal als wir gestreamt haben, hast du hier ja gerade das Tor von der Vault so ein bisschen angefangen. Funktioniert das eigentlich mittlerweile? Komm mal mit. Ja, ich bin oben. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich heute streame, also um drei wird eh der Server mal abgeschaltet, hat Johnny gesagt bei der neuen RAM noch einbaut. Und ungefähr, dann muss ich auch eh weg, von daher ist das natürlich so eine Sache. Mal rechts. Oh. Alter. Wie denn hast du dafür gebraucht? Schon so anderthalb Tage. Alter. Ja, da muss man dann noch irgendwie hier später da beim Computer anschließen und dann auch da so Sirene und so. Ja, die hat sich ausgeschaltet, weil das zu nervig war. Achso, ja gut, das kann ich ja gleich noch zeigen, das Tor da unten. Ja, der Server lag gerade ein bisschen hinterher, wie man vielleicht sieht. Oder ist das so, dass der da hin und her wackelt? Nein. Ja, also es wird Zeit, dass Johnny den RAM da einbaut. Bei Ida, du lägst ja auch gerade rum. Jetzt ist hier irgendwie alles dunkel geworden. Wow. Was? Wow. Läuft gerade nicht so, wie es soll. Das ist schlecht. Ja, TVS kann ich nicht gucken. Der Server macht jetzt gar nicht mehr mit. Bitte, was? Tausende Schwerter. Warum haben wir überhaupt tausende Schwerter? Ja, angeblich habe ich ja Night Vision, aber irgendwie die, äh... Ja, habe ich nämlich hier durch so einen Zauber hier, aber irgendwie funktioniert die nicht. Dinge passieren, Alter. Warum müssen immer Dinge passieren, wenn Johnny irgendwas macht? Jetzt habe ich zumindest die Night Vision wieder, jetzt geht das Ding auch weiter. Ja, aber das sollte eigentlich nach oben fahren. Das tut es offensichtlich nicht. Kann man nicht spielen. Wieso muss ich denn jetzt genau lenken, wo du das demonstrierst? Da kommt man einmal, um mir das zu zeigen hier im Stream und dann passieren solche Sachen. Also ich sehe hier gerade die Technik, da, äh... Ja. Das müssen wir da alles noch im Berg verstecken, irgendwie schön. Ja, ja. So lange kann ich ja mal hier drüben irgendwo zeigen. Genau da, da hatte ich so ein kleines Labor gebaut, das aber auch noch nicht so ganz funktioniert hat. Also Labor im Sinne von, ich habe hier, äh, einen Hügel aufgeschüttet und da so einen mittelalterlichen Turm draufgepackt. Und natürlich habe ich noch keinen Eingang eingebaut, das ist ganz toll. Dann mache ich hier einfach mal so einen provisorischen Eingang. Genau, hier hatte ich nämlich einfach so ein Magie-Labor quasi angefangen. Weil hier zufälligerweise zwei Orbs sind, die ich irgendwie ernten kann. Aber irgendwie funktioniert das noch nicht so ganz. Deswegen gibt es da eigentlich nicht viel zu sehen gerade. Äh... 19.4, also eigentlich... Wo war denn jetzt der Eingang? ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. 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 Ich brauche ich die hier. Vielen Dank. 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 Xp Tank. Xp Tank? Xp Tank? Xp Tank? Weiß ich nicht. Was weißt du überhaupt? Das System. Wir haben... Guck mal ins System. Hier Oatsmeal. Das ist doch... Genau. Einfach so ein ekelhafter Haferschleim. Den kriegen die. Das ist das einzige Essen, was die hier haben. In der unteren Ebene. Lassen wir hier jetzt Hafer anbauen und Milch. Nicht mal halb so schlecht. Naja, wenn du das jeden Tag essen musst, wirst du was anderes sagen. Ja und hier kriegen sie noch eine Wasserflasche dazu, wenn wir gnädig sind. Und zum Frühstück gibt es eine Milchflasche und ein Toastbrot oder so. Ich tost Sandwich. Wir haben einfach Toastbrot. Genau. Einfach Toast kriegen die. Einfach eine Scheibe Toast und eine Flasche Milch. Und am Sonntag kriegen sie noch ein Ei dazu. Ist aber gnädig. Ja, das ist gnädig. Ich weiß nicht, wie ich sonst meine Zeit ein bisschen Crystal aufladen kann, wenn ich keinen Zink habe. Und was kriegst du zum Abendbrot? Zum Abendbrot. Du musst ein Jahr lang dieselbe Suppe essen. Was soll ich dir sagen? Warst du bei Chaos zu Besuch oder was? Ja. Ein Jahr lang. Ein Jahr lang war Chaos zu Besuch. Ein Jahr lang übersalzende Suppe. Wasser und Brot reicht aus. Ja. Wasser und Brot. Mal sehen. Was haben wir da? Bread. Haben wir einfach so eine Brotscheibe. Ähm. Oder ist Toast die einzige Brotscheibe, die es gibt? Hier Sauerteigbrot könnte man machen. Da läuft jetzt die ganze Scheiße durch. Oder die kriegen einfach abends, kriegen sie einfach nur ein Brot und äh. Ich weiß nicht, was man dazu trinkt am besten abends. Als einfacher Arbeiter auch nur ein Wasser oder so. Gnädigerweise am Sonntag, äh, kriegen sie dann noch Butter dazu. Bündnis zu. Gnädigerweise. Hier kann man Butter aus anders machen als äh Butter zu Toast. Nee, dann, äh, dann kriegen sie das zum Frühstück. Kriegen sie am Sonntag einfach, wenn man hier nicht ist. Ein bisschen Butter dazu zum Toast. Äh, ja. läuft jetzt endlich wer genau soll dort arbeiten ja hier irgendwelche unterbefaltende arbeitskräfte denken die apokalypse wäre draußen ausgebrochen sonst würden die ja nicht freiwillig hierbleiben das ist ja auch nur die unterschicht die hier essen geht und sowas die oberschicht kriegt natürlich oben hier vor das luxus menü ja also die oberschicht im sinne von die leute die stufe 5 ausweise haben so wie ich hier irgendwie ehle ich krieg da irgendwie nicht aus dem system die essenz raus was ist für die essenz nicht raus die knowledge essenz dafür xp naja keine ahnung was willst du überhaupt machen ja ich möchte level kriegen für was entschalten so Das war mit einem Exportbass. Du musst hier über ein Kabel rausfiltern. Was für ein Kabel. Wer hat den Planeten genuket? War es Cersei? Dazu sagen wir lieber nichts. Der wurde ja noch im Bau. Ja, der Planet wurde noch nicht genuket. Das passiert erst danach. Moment, gibt es hier... Ja, gibt es. Vor allem Nuke und Active Nuke gibt es. Müssen wir hier mal platzieren. Problem ist, die würde den Vault auch mitreißen. Dann geht das nicht. Dann machen wir das mal lieber nicht. Wäre zwar lustig, aber... Was sagt das Cersei? Was soll ich Cersei sagen? Gibt es irgendwo Planeten zum explodieren? Bin ich mit dabei. So, dann hat man hier dann irgendwie von der Kantine... Erstmal den Eingang... So, dann hat man hier die Essensausgabe irgendwie... So soll das natürlich nicht sein. Exporting hast du gemacht. So. Wo was kann man das exporten? Hier raus. So. Dann machen wir hier in einer Corner. Ne, die machen wir da nicht. Die haben wir... Doch, die machen wir da. Wir machen hier... Den müssen wir ja noch machen. Dann machen wir da die inner Corner. Mach ich das hier aber noch eins versetzt eher. So. Da ist dann die Essensausgabe. Gott ist das eintönig dunkel und hell... Ja, das soll ja auch so sein. Die oberen Etagen werden natürlich schön dekoriert sein. Aber die unteren Etagen müssen natürlich eintönig wie sonst was sein. Sonst hätten die Leute hier ja was Schönes anzusehen. Ach, Jonny merkt ja früh, dass Cersei da ist. Ja. Okay. Okay, das ist die meiste Zeit auf, klar. Ja. Ja. Ja, muss so sein. Ähm. Ja, dann müssen wir hier dann noch Sitzsätze irgendwie... Äh, was? Schönheit fordert die Produktivität. Ja, gutes Essen wahrscheinlich auch. Aber die Leute sollen hier wie Dreck behandelt werden. Die, äh, die unteren Arbeiterschichten. So, das hast du mal Fallout gespielt. Da sind die Worts noch... ...dreckiger. Nein, das soll da so schon eigentlich nicht hin. So, dann geht's hier so um die Ecke. Sagen wir mal zwei, damit es ein bisschen besser aussieht. Und dann geht's hier wieder da rüber. Der Hauptstrom fällt kurz aus. Das macht Jonny. Du gibst ihnen Essen und einen Lebensraum. Ich denke nicht, dass es den Leuten dreckig geht. Ja eben. Ja eben, deswegen bleiben die ja auch. Ja, wo sollten sie auch sonst hin? Ja. Du musst ja einfach nur erzählen, etwas Besseres als das hier gibt's nicht. Und dann akzeptieren die alles. Das hat von ihr lang gedauert. Ich weiß nicht, ob hier da noch ein Raum hinkommt oder ob wir das nicht mehr machen. Alles ein bisschen weit hergeholt. Was soll denn das heißen? Das ist nicht weit hergeholt. Das ist so. Was soll das Locustcemos bei unten? Ja, dass wir sagen. Ich würde das jetzt sehen. Und meine Ahnung, jetzt bitte Sayen. Das ist falsch rum. Nee, ist bei mir. Achso. Nicht alles dreht sich um dich, Frick. Ja, wenn Johnny nur einfach ohne Kontext falsch rumschreibt. Ich habe am Rande mal die Essenz-Farm ausgemacht. Interessant. Ja, oder hier in der Wand kommt dann einfach die Anzeige für das tägliche Menü rein. Da ist nämlich praktisch so ein Hohlraum drin, wo man das gut unterbringen kann. Wenn man denn genug Monitore hätte. Aber wir haben praktischerweise noch einige. Immer mehr BG-M. So, haben wir jetzt hier so einen fetten Monitor, das wirkt dann angezeigt, was es für Essen gibt. Okay, werde ich in der nächsten Secret-Hitler-Runde machen. Mal schauen, wie gut das klappt. Oder einfach ein Akku- Hä, was? Was wirst du machen? Kann mich auch machen. Ich verstehe jetzt den Zusammenhang nicht ganz. Die eine Nachricht ist schon eine Weile zurück. Ja, und wie war der Zusammenhang von der einen Nachricht, die noch schon eine Weile zurück ist? Das Aquarium war auf den Ort bezogen, wo der Bildschirm gesetzt wird. Achso, das. Ja, ein Aquarium kriegen die hier nicht. Die kriegen nur so einen hässlichen Bildschirm, wo dann draufstehen, was es zu essen gibt. Der Zusammenhang von Leuten da vorne ist überzeugend, dass es nichts Besseres gibt. Werde ich bei Secret-Hitler so. Achso. Ja, warte mal. Ich muss gerade mal gucken. Was ist der schlechteste Kantinen-Service Deutschlands? Paket-Dienst, Kantinen-Service, mal gucken. Ganz schlechtester Kantinen-Service Deutschlands. Vapiano Köln-Deutz, schlechteste Kantine NRWs. Bewertung 1 Stern. Okay, die sind verantwortlich für unsere Kantine hier. Da haben wir hier Sternschuld. Das muss ich mir mal aufschreiben mit einem Sign hier. Einen Framed Sign brauche ich jetzt nicht. Ich nehme hier mal ein Akazien-Schild, das wir aus irgendeinem Grund haben. Schreibe ich hier einfach mal auf. Vapiano ist hier verantwortlich im Klammern. Kantine ist Vapiano nicht irgendwie so ein Restaurant. Ja, offenbar gibt es eine Vapiano-Kantine. Ja, geil. Ja, da muss ich jetzt mal überlegen, wofür das steht. Nee, das passt irgendwie nicht. Ich schreibe das hier einfach nur so auf, damit ich das nicht vergesse, wie das hieß, die Kantine. Und hier muss ich schon mal einen Computer anschließen an dem riesigen Bildschirm. Einfach so. Da kann man dann irgendwas eingeben. Und dann zeigt er hier voll an, was es hier zu essen gibt. Für eine große Auswahl. Den Jetpack wollte ich jetzt nicht anschalten. Jetzt habe ich natürlich kein Beton. Ich habe Angst, dass mir das Ding die ganze Bude zerfetzt. Na ja, wenn man ihn weit genug entfernt baut. Eben darum, Farmwelt. Ich habe Angst, dass wir das Ding die ganze Bude zerfetzt. Ich habe Angst, dass wir das Ding die ganze Bude zerfetzt. Ich habe Angst, dass wir das Ding die ganze Bude zerfetzt. nourishment on site ja okay so heißt es dann schreibe ich mir das doch mal auf so passt perfekt einfach gerade aus der letzten gehirnzellen entrückt wie du hast noch gehirnzellen perfekt hier die aufzüge damit man ja auch irgendwie hinkommt zur kantine ja 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 so typen auf flight was machst du denn da das ist jetzt schon zu weit da muss ja die wand hin ja 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 merk schon alle sind noch leicht müde so echt wie So, hier brauchen wir machen aber dunkel, grauen Beton, nein ich kann dein Programm eigentlich auch Turbinen betreiben macht er Johnnys Reaktorprogramm oder was? Ich gehe mal wieder in den Sörg, schreibt Pandora Ich gehe mal wieder in den Sörg, schreibt Pandora So Nein, wo nicht? So, keine Ahnung wo die Steigerer jetzt hin sind Vielleicht kann ich sie einmal noch nicht aufnehmen Ich gehe mal wieder in den Sörg, schreibt Dann setzen wir nochmal das da Und dann haben wir hier doch fast schon den Eingangsbereich von der Kantine fertig Keine Ahnung ob hier auf der Ebene noch weitere Räume hinkommen oder ob das nur die Kantine wird Nach oben kannst du dich frei ausleben, Brick Was für ein Ding? Wir verlassen uns dabei Ich glaube wir brauchen irgendwie einen V-N-T-Helm aber haben wir halt auch geklappt und dann genommen Das will ich nicht Binding Card Ja und nun Und 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 Ja Das bringt mir doch jetzt nichts, wenn das an mich gebunden ist Du Ja Ich Und So, du sollst irgendwas tun. Ja, was denn? Ja, das weiß ich nicht. Ja, ich habe einen Affinity-Helmer, glaube ich, irgendwo. So, Krik, bist du zurück? Ich zeig dir gleich mal was. Du zeigst mir was? Mhm. Bin ich aber gespannt. Wo bist denn du? Bist du rum? Ja... Nein, ich bin nicht oben. Ich bin in der Main-Hall. In der Main-Hall. So, schau mal... Boah, ich schalte es mal ein. Jetzt wird gleich ein bisschen was abgebaut. Da brauchen wir gar kein Infinity-Tool für. Was meintest du, weil da vielleicht irgendwie immer was auflädt oder was? Oh, ja... Ah, jetzt wo fängt der an? Hm... Ah, hier klauter, glaube ich. Was ist denn hier für eine Farm unter dem... Was ist denn hier für eine Farm unter dem... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß es nicht. Das stand hier einfach. Äh... Moment, aber ist das? Wie hoch kommt das? ...Wireless aus dem System immer nehmen? Was das? Kann man was aus dem System... ...Wireless immer nehmen? Ja, brauchst du eine Wireless-Konsole? Ja, brauchst du eine Wireless-Konsole? Dann mach ich einfach über Kabel. Was meinst du denn mit Wireless? Ja, ich weiß ein bisschen weiter entfernt. Egal, ich kann auch so machen. Das Kosmetik-Armer gibt es auch noch. Ist das jetzt hier schon Old Republic-Style oder was? Dass man hier jetzt kosmetisch sich anders anziehen kann. Old Republic-Style. Ja. Das einzige Spiel, wo man sich anders anziehen kann. Das einzige, was mir jetzt schon dann eingefallen ist. Spiel, wo man sich umziehen kann. Old Republic. Ja. Müsste ich auch mal wieder... Machen hier. Da muss ich immer noch so ein Abo irgendwie mal holen. Um da die ganzen Kampagnen, die da noch sind, spielen zu können. Ich glaube, ich habe das perfekt gemacht. Natürlich ganz bewusst. Ja, ganz bewusst. So. Sagt Johnny. Dann schalte ich das mal wieder an. Oh. 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 Das Ding hat mir extra Herzen gegeben. Hm? Die Melone gibt mir extra Herzen. Da hast du noch keine Melone gegessen. Ich weiß nicht, habe ich überhaupt mal Melone gegessen? Äh... Ne, ich habe mir so. So. Dann wollen wir nämlich hier mal... Ja, was wollte ich denn jetzt nochmal... Weiß ich schon nicht mehr. Ähm... So. Haben wir hier irgendwie so einen coolen Herd irgendwie. Äh... Ja, aus Farmers Delight gibt es einen Herd. Gemacht mit einem Lagerfeuer, mit Bricks und mit Iron. Wir haben so einen nicht zufälligerweise. Ne, haben wir nicht. Den kann ich mir auch nicht craften, wenn wir kein Lagerfeuer haben. Dann muss ich erst nur ein Lagerfeuer craften. Dann kann ich mir aber einen Herd machen. Keine Ahnung wie der funktioniert. Aber jetzt haben wir hier ein Herd. Gut gemacht. Warte mal, wenn ich hier mal ein Stück Fleisch nehme. Und das da drauf lege. Perfekt, dann wird das nämlich gegrillt. Ja, so mag man das doch. Aber dann hat man hier einen Herd in der einfachen Küche für die normalen Leute. und die kriegen dann gar nichts gekochtes. Die kriegen nur so einen ekligen Haferschleim. Äh... Wir haben keinen Hafer. Was sind da los? Ich brauche hier Oats. Die mache ich hier in der Isolator aus Oats Seeds. Aber die haben wir auch nicht. Perfekt, dann haben wir hier das Steak. Also... Das Schnitzel haben wir. Das ist kein Steak jetzt in dem Sinne. Das ist kein Steak. Das ist kein Steak. So. Und da machen wir den. Ja, nein, das wollte ich nicht mit Beton machen. Das wollte ich schon mit dem anderen Volk machen. So muss ich ja nicht verschwenderisch werden. Ein Hammer ist wieder ins System. Das ist ja wohl der Hammer. Oh Mann. Ja, wir müssen ja die Flachwitze auspacken. Das obwohl Chaos gar nicht anwesend ist. Vaux. Hier schon wieder Autos Beton. Das ist ja wohl... Ist ja wohl unerhört. So, äh, nein. Dann haben wir den hier. Und ich weiß nicht, vielleicht kommen da noch andere Sachen hier auf die Ebenen, aber die sind dann wahrscheinlich nur über den Aufzug erreichbar. Weil da sollen ja die normalen Leute gar nicht mehr hinkommen. Die sollen wirklich nur hier um die Main Hall und hier oben die Kantine erreichen können. Mehr, äh, mehr Rechte kriegen die nicht. Alles klar. Ja. Wo kämen wir denn da hin, wenn normale Leute Rechte hätten? Ja, und danach fragen wir sie noch nach Mindestlohn, also... Ja, überhaupt Lohn. Wo kommen wir denn da hin? Immer diese Gratis-Mentalität. Denken sie, wir kriegen kostenlos Geld. Ja. Vor allem kostenlos. Ja. Äh, was? Was, was? Total Inhilation? Gott, hat er eine Atombombe oder was? Was denkst du denn, Ero? Oh ja, das... Der hat eine Nuke. Alles klar. Im Autocrafting. Deswegen wieso nichts funktionieren soll. Infinity Nuke hat der. Endlich Atom macht. Ja, jetzt, äh, jetzt müssen wir unsere Feinde überfallen, jetzt wo wir Atommacht sind. Jetzt wo keiner mehr spielt. Hm? Jetzt wo keiner mehr spielt. Ja, überfallen wir unsere Feinde und wenn sie sich wehren wollen, sagen wir, wenn ihr euch wehrt, dann, äh, gibt's Atombombe. Ist auch die Strategie heutzutage. Was? Musst du dir mal die Farbenwelt anschauen, ne? Wo ist die überhaupt? Also wie komm ich da hin? Ja, von der alten Base zum Portal. Ähm... Ist hier ein Wither irgendwo. Wo ist hier das Portal? Ich geh jetzt mal die Säule aktivieren. Hold Home einfach. Seele. Was? Wo ist denn das Portal? Ich finde hier nur, äh, das, den Neter und das, äh... Das ist dieser Block da. In meinen Cable. Am Anfang würde du direkt. Äh. Der Block in den Cable. Ja, dieses mit diesen Augen drauf. Das ist so ein Harbs. Das ist so groß wie die Harbslap. In der Nähe von Anoptanium, ähm, Ofen. Irgendwie ein Anoptanium Ofen. Da ist ein Anoptanium. Hier ist eine Schiene. Zeigst dir. Ach, der Heilige. Das ist da. Du musst ohne Item in der Hand. Schöpft, rechtsklick. Ohne Item in der Hand oder Offend. Ohne Item in der Offend. Sag mal. Ja. Hörst du euch zu, oder? Muss denn alles ohne Offend-Item sein? Wie denkt sich sowas aus? Alter. Was ist hier passiert? Johnny war fleißig. Ja, so könnte man es ausdrücken. Also das ist immer alles zu einem Wireless. Achso, dass man hier dann noch einen Digital Miner hat, wo eh alles abgebaut ist. Ja, ich weiß. Das war schon ganz früher. Eine ganz frühe und ein paar Wochen her. Das Terrestrial Acclumeration Plate. Blood Infuser Crafting Grid. Die Meining-Welt ist sehr interessant aufgebaut. Oh Gott. Was ist los? Das Melon Shelf. Draconic Shelf. Draconic End Shelf. Draconic Evolution ist aber nicht drin, oder? Nein, das gibt's nicht für die Version. Mensch. Ist der hier ernsthaft ein Ause-Modium-Opfel? Ja. Das sind acht Inge... Äh, acht Nuggets. Also... Das können wir erwarten. Achso, ja gut, dann. Das sind die Systeme sind, glaube ich, schon... Wie viele Olimodiums ist das drin? 111.000. Ich muss Chunks laden, oder so. Wieso kann ich einen Fused Alloy craften im Auto-Crafting? Ja. Kannst du craften, aber du... Du wirst mal gucken, was da gerade im Crafting ist. Waiting for Server. Oh Gott. Was hat Johnny gemacht? Ich glaube, er hat die Newt gesprengt. Oh Gott. Nein, nein. Hey, Johnny... Da lässt man Johnny zwei Minuten aus seinen Augen und dann sprengt er eine Nuke in die Luft. Ja. Ähm... Ähm... Ich denke, welchen wir jetzt sonst spielen. Ja, weil Johnny eine Nuke gesprengt hat, deswegen leckt der Server gerade wie sonst. 1,5 TPS. Schau, man regt sich richtig auf, wenn der Server leckt, keine Ahnung. Weil zwar... Wenn es fast unsere 20 ist, ist er selber immer so auf 1,5. Hm. Ja, das ist klar. Ähm... Ähm... Einfach mal kurz stehen, dann sagt der Server. Dann bleib ich mal kurz stehen, wenn der Server das sagt. Ja, daran merkt man, sprengt lieber keine Atombomben in die Luft. Das ist so ein Tipp, den muss man ja geben. Also irgendwie hat der Server die früher besser wegstecken können, sagt der Server. Na, der muss es ja wissen. Warum spricht der Server in der dritten Person von sich? Ja. Ja, wenn ich das anmerke, dann, äh, jetzt... Der kann nix abbauen. Klar. Ähm... Die Tick-Zeiten knettern einfach weiter nach oben. Wird schon die Durst gemacht, also... Da regt sich Johnny so auf, dass er hier vor allem Capstop macht. Die sind schon mal 2,5 Sekunden pro Tick. Immerhin. Äh, nein, 2,5 Sekunden pro Tick. Nicht 2,5 Ticks pro Sekunde, ey, ne? Oh. Tick sind nicht normalerweise eine Viertelsekunde oder sowas? Oder weniger? Und Night Vision läuft es wieder bei mir. Oder bei mir auch. Ich kann sich wieder bewegen. Lol. Jo, ist vorbei. Explosion completed in 263 Sekunden. Nice. Sieh den HWT-Channel. Ach so, da, den HWT-Channel. Ja, den, äh, den sehen natürlich die Zuschauer hier nicht. Aber da sind auch, äh, da sind ja ganz geheime Dinge drin, die dürfen die Zuschauer ja gar nicht sehen. Keine Ahnung, äh... Irgendwas geheimes, wird da bestimmt drin sein. Nudes von Brick. Genau. Hier auch mal die Treppe Rechteck. Nicht dieses komische Design, was ich da am Anfang probiert habe. Wo die Treppe dann zu einer anderen Treppe geführt hat. Was ist denn mit dem Kabel vor? Kabelplatzieren. Aber doch nicht hier. Hier sollen Räume hin. Sag mir, wenn man das Wireless macht, dann... Ja. Ist nicht mein Problem. Mit nem ganz... Mitte und nem Receiver. Und nem Network Card. Jesus, falsch. Ja, du hast ja immer, äh, sonst was gesagt. Was ist immer, äh, wie kann man Wireless-Items irgendwas machen? Ja, und dann, als wir gefragt haben, was du meinst, hast du gesagt, ach, egal. Ich mach ein Kabel. Ja, ich mach ein Kabel. Wenn du dich klar ausdrücken würdest... Dann wüsst du ja, was du willst. Ja. Dann wüsst du ja, was du willst. So. Ihm. Hat er jetzt wieder angestellt. Ich mach das. Okay. warum steht die Bombe noch immer da? Warum? Mein Vorschlag? Fantastisch. Jetzt erst mal Johnny einmal mit einer Nuke allein, macht er alles kaputt. Eigentlich nicht. Es ist ein Johnny. Nichts anderes wäre zu erwarten. Es ist ein Johnny. So kann man das auch ausdrücken. 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 Was hat er jetzt wieder vor? Ne größere Newport oder was? Äh ja, dabei gibt es jetzt Essen, von daher würde ich sagen, beenden wir an der Stelle wollen wir den Stream und sehen uns dann bei irgendwie dem nächsten Stream, weil er wahrscheinlich dann erst nachdem Johnny den neuen RAM noch eingebaut hat. Bis dahin, tschüss! 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 Tschüss!